Ah, neuer Tag bei... Also das sollte das neue Revier sein, ne? Egal. Ey, Tobias. Wie es aussieht, wurde ich jetzt zu diesem neuen Revier gesetzt. Erst weil, ne, jetzt in Chemnitz Kulturstadt ist und viele Leute heute halt eben, eben, ja, kommen und wir mehr Revieren brauchen. Ey, Schalke. Hi, James. Ich sehe, du tust wieder trainieren, ne? Weil die Station sehr leer aussieht, ist es auch okay. Ist ja nur ein neues Revier. Jetzt nehm ich erst mal meinen Ufo und sag und zurück. Gehe ich erst mal zur Rezeption und muss schon mal meinen Tag starten. Und das ist jetzt das neue Revier. Ja. 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 Ja.